Boink! So, heute ist der 25. Erze. Ja, wie gesagt, der Klemmer ist ja gestern fertig geworden. Jetzt werden wir dich hier einmal langflexen, denn hier kommen überall Leerohren rein. Hier in Spanien ist es so, dann fangen wir in eine Wende überall Leerohren hin. Man kommt vom Sicherungskasten immer noch immer wieder zu allen Steckwohnen. Und für ein Teil nach Essen und sonst was. Dann brauchen wir hier Leerohren, damit wir nach draußen zum Abstellraum Strom bekommen. So, los geht's. Danke. Grenze aufmachen. Strom. Strom vergessen. Stroms. Strom. Vielen Dank. Hier kann man jetzt schön sehen, wie der ganze Staub rausweht, der ganze Flexdreck, krass oder? Musik Jetzt wird hier der Strom für draußen angeklemmt, hier kommt noch ein Lichtschalter dazwischen, für Zeiten, wenn das Haus mal leer steht, dann kann man das von hinten ausschalten, da kann keiner Strom klappen, so, perfekt. So, jetzt ist 13 Uhr, mach jetzt mal ein bisschen Siesta, weil bei 22 Grad wegen ganzem Geflexe ist das einfach zu viel, so, adios. Musik